Hallo! Augsburg, Sitz der Regierung von Schwaben, wird durch zahlreiche Gebäude aus der Renaissancezeit geprägt. Daneben ist Augsburg eine ausgesprochen grüne Stadt. Viele Parkanlagen und der Botanische Garten laden ins Freie ein. Das Projekt am Himmelweyre 3 ist baulich so gestaltet, dass es das selbstbestimmte Leben umfassend erleichtert. Das betreute Wohnen in Verbindung mit verschiedenen Dienstleistungen des Bayerischen Roten Kreuzes ermöglicht ein eigenständiges Leben unter Berücksichtigung wachsender Bedürfnisse. Die Anlage verfügt über ein Betreuungsbüro, Gemeinschaftsräume, Freisitz und eine Bibliothek. Alle Wohnungen verfügen über barrierefreie Duschen und Austritte zu Terrassen oder Lodgien und haben zusätzlich Rauchmelder. Kommen wir nun zu den Highlights des betreuten Wohnen am Himmelweyre 3. Das Gebäude verfügt über 46 Pflegeapartments. Kaufpreise ab 135.868 Euro. Die Rendite beträgt anfänglich 3,26% auch bei Leerstand des Apartments. Wir haben einen Mietvertrag von 20 bis zu 30 Jahren Länge mit Verlängerungsoptionen plus staatliche Refinanzierung. Haben zusätzlich eine automatische Mietsteigerung und einen Inflationsausgleich von 60%. Mit der Plusbau GmbH einen renommierten Betreiber. Hinzu kommen historisch niedrige Zinssätze. Das Gebäude wird erst im Jahr 2014 errichtet und verfügt aus diesem Grund über eine komfortable Ausstattung. Allgemeine Informationen über die Investition in eine Pflegeimmobilie und für wen sie besonders geeignet ist, finden Sie auch auf dieser Seite in Form einer PDF-Datei. Nach dem Klicken auf den Anfragebutton gelangen Sie auf das Kontaktformular, das Sie bitte ausfüllen und auf Abschicken drücken. Einer unserer unabhängigen Experten steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Selbstverständlich für Sie kostenlos und unverbindlich. Wir freuen uns auf Sie und helfen Ihnen gerne.